Hallo und herzlich willkommen bei Elternchecker. Mein Name ist Isabel und ich zeige euch heute den Fairlank Flitzer von Fisher-Price. Der Fairlank Flitzer von Fisher-Price kostet knapp 25 Euro und ist für Kinder von 3 bis 7 Jahren geeignet. Der Fairlank Flitzer ist nicht nur in Rot-Gelb erhältlich, sondern auch in rosa mit hellblauen Details. Musik Die Fernbedienung und auch das Auto sind batteriebetrieben und bevor ihr eure erste Fahrt starten wollt, müsst ihr dann noch jeweils drei Batterien einlegen. Musik Um den Wendekreis zu erhöhen, ist dort ein Rädchen angebracht, damit ihr die Lenkung nach links oder rechts präzisieren könnt. Auch zwischen der Geschwindigkeit könnt ihr mithilfe eines Schalters variieren. Musik Mit nur einem einzigen Knopfdruck auf das Cockpit könnt ihr das ferngesteuerte Auto an- und auch wieder ausstellen. Musik Mithilfe der Steuerung kann ein Kind dann ganz einfach das Auto in vier verschiedene Richtungen bewegen. Und die Geschwindigkeit, die ihr jetzt hier sehen könnt, ist die schnellere Variante. Musik Aber auch die langsamere Variante wollen wir noch einmal testen, indem wir den Schalter einfach zu dem Schildkröten-Symbol schieben. Meiner Meinung nach finde ich es etwas schade, dass man zwischen den beiden Geschwindigkeiten keinen großen Unterschied erkennen kann. Aber für kleine Autoliebhaber finde ich es super geeignet als erstes eigenes ferngestalltes Auto. Musik So, das war es jetzt auch schon wieder zu meiner Vorstellung zum Verlängsblitzer von Fisher-Price. Und damit sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik